Und jetzt habe ich ein wenig gewartet, also nicht sehr lange auf Kamera, aber kurz gewartet vielleicht... Nö. Ähm, sonst haben wir hier... ...Quest-Nir... Nö, wir müssen doch die Ratte töten. Ich glaube, ich gehe da mal ein bisschen hier in der Stadt umher. Ich decke die auf und danach können wir uns auch in der Umgebung umgucken, ob da irgendwas zum Töten ist, was Zähne dabei hat. Street Urchin. Wie macht man das jetzt? Harvest Cops. Harvest Teeth. The starter Harvest Teeth from the dirty Urchin. Und schon haben wir jetzt drei Zähne. Das muss ich aber unbedingt als Alias machen. Das heißt, wir machen mal... ähm... an... Warte, wir machen einfach einen richtigen Alias. Also keine Tastenkombination hier unten, sondern einen normalen. Das heißt... Alias... Set... HH... Blub... Und wenn ich HH tippe, dann macht das... Harvest Teeth... Heiß... Corpse... Slash... Slash... Ups... Slash... Dann... Okay... Und wenn ich jetzt HH eingebe, versuche ich das zu machen. So spart man sich doch recht viel Tipparbeit. Kann ich... So genau, warte ich... Ich tippe mal jetzt vor euch. Die Kuh ist ganz schön stark. Und dann HH. Ja, Kühe haben auch Zähne. Mehr Zähne als so ein Kind anscheinend. Sack... 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 Nö. Die anderen Tiere hatten keine Zähne. Ich weiß gar nicht, was das war, was sie noch getötet haben. Ähm... Wir können auch nur eine gewisse Anzahl an Zähnen dabei haben. Das ist abhängig von dem Level des Nekromanten. Also in unserem Fall wäre das nur Level 4. Also nicht wundern, wenn man am Anfang nicht ganz so viele Zähne haben kann. So, jetzt sollte die Ratte aber wieder da sein. Mal zurück da rein. So... Ah, Tür ist zu. Schon mal ein gutes Zeichen. Open Door North. Und da ist sie. Zack. Now that the big fat rat is dead, better go let the mayor know of your win. Hat Bob noch was zu sagen? Nö. Bob hat nichts zu sagen. Dann auf zum Mayor. Open Door North. Open Door... East. Talk Mayor. So, you put the big fat rat on a diet. Oh, you meant permanently. Haha, that's a good one. But in any case, that will really help us out. Oh, you forgot to let Farmer Bob know in all the excitement. Eigentlich... It's okay, I will let him know. Well, take care and come visit me from time to time. 10.000 Erfahrungspunkte, 233 Gold. Und noch was zu tun. I have one other thing I need you to do. Please bring this package to the general storekeeper in Vermarkin. Thanks, I really appreciate it. And our normally delivery person is out sick. Und da ist jetzt das brown package. Von dem hatte er vorher schon mal gesprochen. Das heißt, wenn wir das jetzt irgendwie verlieren sollten oder den falsch in die Hand drücken oder was auch immer, könnten wir hier zu dem Questgeber zurückgehen für 50 Gold und das Ding wieder in die Hand nehmen. Waypoint. Waypoint 5. Das sieht in der Waypoint aus. So. Storekeeper, General Store. Give Package Man. Thanks, I've been waiting for this. Here, it's not much, but a few gold is more than nothing, I guess. 232. Leppert sich. I need you to do one more thing for me. Please bring this package over to Biliana the Alchemist. It contains a couple of herbs she needs to cure a sick child and you can probably help her to collect the rest of the items she needs. Thanks again for all your help. You can find her by going out of my shop, entering the portal and heading north twice and west. Enter portal, north twice and west. Give package woman. This is great. One of the local children is very sick and is in need of a cure. I can't afford to leave and not be here in case she needs me. I need you to collect two more items for me. The first item I need is a small black route. If you go back to the center of town and then head east until you find the old Indira forest. Once in the forest, work your way to the sign and type gather route. It might take a few tries, but in the time you should find one. Good luck. That's why Gegenstadt number 1. I probably need to choose a small black route. hier. Okay. Gather root. Sicherheitshalber mal 2. Können die irgendwas? Ne, ist nur eine Spellkomponent. Level 25 Spellkomponent übrigens. Das könnte man also später für Tränkebrauen benutzen, denke ich mal. Habe ich keine Ahnung. Also wenn man das später machen wollen würde, sollte man sich eventuell notieren, dass es das hier gibt. Ob ich das irgendwo schnell aufgekritzt bekommen? Also Black root 2e from Indira. Ich muss nur denken, das in meinen Google Doc später zu übertragen. So, zurück zu der Alchemistin. Give root woman. Great. That root is just what I needed. The final thing I will need is a fluorescent green mushroom, which can be found in the place we call the Old Indira Ruins, which was once known as the Newbie Ruins. It can be found by going three west, south, and west from the portal. Oh, weia. Warte. Drei W S W Good. From the portal. Also I hear that there an alchemist and a goblin at the top that might be seeking someone to do a quest for them as well if you haven't already done so. Okay. Also hier ist das portal. Eins, zwei, drei Westen. Süden, nochmal Westen. An abundant house. This house has been ransacked. The furniture is all smashed up. There is a large hole dug into the dirt floor, leading downstairs. Someone has boarded up the windows and door. Enter. Tunnel. The old Indira Ruins. Achso, das ist wahrscheinlich die alte Stadt, auf der die neue Stadt raufgebaut wurde. Hm. Kommt ihr doch häufiger vor, ne? In the center of this tunnel are steps that look to have been created by nature. Grass and other vegetation grow from cracks and crevices to all sides of the tunnel. The surrounding walls of the tunnel are very coarse and dark in color. A cool breeze blows in from the north and strange noises can be heard from below. Warte. Mana. Shield. Shield. Und das sollte vorerst reichen. Ah, hier ist Goblin und Alchemist. Talk. Alchie. Alchemy of Righteous. Irgendwas. Please, understand this girl is under my protection. She has had a rough time of it. She was taken by the goblins and we just rescued her. We got separated from my friend Ben. He is a goblin hunter and helped me to rescue the girl. Anyway, if you are of good of heart, you may wish to talk to the girl or type quest except one. If you are cold and evil of heart, you may wish to talk to the goblin to the north. Both have a quest for the brave. Please, understand, you may only do one quest or the other on both. Good luck adventurer with whatever path you choose. Oh, by the way, if you find any luminescent fungus and a red mushroom, bring one of each to me and I will brew you up one of my famous brews. Also brauchen wir zwei grüne und einen roten. Grüne plus ein rot. Und wir sind natürlich cold and evil of heart, wie er das schön erzählt hat. Dann sprechen wir noch hier mit dem Goblin. Dark Goblin. You wanna help goblins? If you think you're tough enough, find Goblin Hunter and kill him. Then take his head to Goblin Chief. Then our Chief reward you. But then again, you are only a puny human, so might not be tough enough. We cannot get to him for he's under spider protection now. He shrugs. Well, what are you waiting for? If you want to do my quest, except quest, okay, quest, except one. Kill him, gather up his head and take it to the Goblin and take it to the Goblin Chief and maybe Chief reward you. Okay, dann gehen wir jetzt mal einen Goblin Hunter hunten. A large warning sign hangs on one wall. Ahead are many dangers. Some like the bats, armadillos and the spiders are not aggressive. Many of the Goblins, however, are said to be aggressive and one should be careful if you encounter one. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Das hier ist ja nicht so viel Nasty Goblin. Nee, Nasty the Goblin. Was? Nasty the Goblins venomous bite scratches. Da mache ich viel zu wenig Schaden. Da muss unbedingt was Neues hier ansprechen. Wir müssten hier demnächst mal wieder nach der Marken zurück, um mit den Lehrern zu sprechen, auch um die Skeletal Spiders zu lernen. Da können wir auch gleich bei dem Hedge Wizard vorbeischauen und schauen, ob wir da was Neues können inzwischen. So, Tod. Green Goblin Backpack, Elf Skin Tunic und noch ein Backpack. Take Tunic und schau dir mal an. Take Tunic Korps und haha. Dem klauen wir seine Zähne. Ja, Stärke und Dex Drop Tunic. Weiter. Oh, es ist eine in sich verschachtelte Karte aufweier. Fishby Goblins, nein. Oh, da geht es runter. Wir müssen hier irgendwie zu den Spinnen kommen, weil der Goblin meinte, der Goblinjäger wäre geschützt durch die Spinnen. Oh, ich habe Alan gegriffen. Okay, dann. Splitter, splitter, splitter. Oh. Höher, höher. Haha. Mal gucken, wie viele wir tragen können. Wir sind jetzt schon bei 17. Okay, nochmal. You feel yourself getting older. Ähm, das ist gut, bringt mir Mana weg. Age. Who am I? Ah, hier. You are 19 years old. Hm. You are level 9 mortal. Ja, sterblich sind wir noch, das stimmt wohl. Größe ist auch eingeben, man kann auch größer werden, durch gewisse Events oder Gegenstände, was ich ein ganz lustiges Feature finde. Aber hier sind wir anscheinend wieder bei den Goblins, da wollte ich ja nicht hin. Also gehen wir mal. Hm. vielleicht müssen, hier geht's auch nicht runter, es geht nur hier runter bei dem Goblin. Gleich keine Movement-Punkte mehr. You don't know how to swim and don't have a boat. Standing before an underground lake. One would have to know how to swim or have a boat to enter the area to the south. ist irgendwo eins rum? Nö. Hm. Na gut, dann müssen wir da wohl weiter. Ich level vorher mal, um neue Movement-Punkte zu bekommen. Level Mage. Wir haben Colorspray und Ground bekommen. Ground ist, glaube ich, Schutz gegen Elektrizität. Mage Spell 2. Held 2 Ground. So. Fire Shield ist Feuerschutz, Eishield ist Eishield und Ground provides protection against Electricity. Sind alle Sachen, die ich später lernen werde. weil man hat nicht allzu häufig gegen explizit elektrische Gegner zu tun. Das heißt, die Punkte bewahr ich mir lieber auch auf für später. Und später, wenn wir auch genug Mana haben, dann können wir alle drei Schutzsprüche, also Feuer, Eis und Blitz, durchgehend maintainen. Aber jetzt werden wir das ein bisschen zu viel Mana verschwendet. Was hatten wir noch gelernt? Colorspray. Colorspray, das mochte ich bei der AD&D auch schon nie. Das ist so ein Verwirding. Spray. Mit too low level Illusion Spell attempts to blind and damage the target with an intense blast of colored light. Weiß nicht. Aber ist ein höher leveliger Spruch, also es könnte mehr Schaden machen als das andere Ding. C, Shield. Das wird den Spruch, also dass wir allgemein so wenige Sprüche maintainen können, finde ich mir schon irritierend. Goblin, nein. Ich hoffe mal, dass der Goblin-Anführer es uns nicht übel nimmt, dass wir die Goblins hier töten. Aber hey, sie haben zuerst eingegrifft. Elf Skins, die hatten wir, glaube ich, schon mal geguckt, die Dinger. Oh, da geht's schon mal runter. Und hier geht's wieder, ja, komisch unten drunter durch oder so. Die Karte ist da ein bisschen verwirrend gerade. Tromping through the third level of the ruins. Walking through the ruins, you find yourself scrambling over boulders and under the occasional bedroost. Oh, der Fledermäuse. Being careful to avoid disturbing their inhabitants. The chamber you just passed through has fallen to the same darkness as the one that lies above. More Goblins. Unser Clayman ist schon ein bisschen angeschlagen, wenn ihr oben rechts mal hinkommt. Und der ist kaputt. Oh, Combat Points. Sehr schön. Aber die zwei Punkte werden jetzt noch nicht so viel bringen. Damit können wir später die Skills trainieren oder die Sprüche trainieren, die man nicht ganz so häufig spricht oder die schwer zu trainieren sind. C, Clay. Gut. Und, haha. Zähne von Boom the Goblin. You can't safely carry any more Tees. Ah, okay. Also 25 Zähne ist momentan das Maximum bei Level 4. Mal schauen, wie da denn so die Kurve ist. Also wie viel man mehr pro Level abtragen kann. Oh, da sind ganz schön viele Sachen. Red Mushroom. Get red. Und dann brauche ich noch grün. A glowing log lies in the center of the chamber. Look. Glowing. Log. Log. This log is around three feet long and a little over a foot wide. It seems to be have been hollowed out and filled with bed guano. Something within the log seems to be making it glow. Open log. Log in. Ah, da. Get all log. Missed. Drop A, B, C. Drop. Ja, das war's schon. Also die Route können wir noch droppen. Drop Route. Was mit Investment? Das war glaube ich auch nichts für uns Interessantes, oder? Bräuchte Level 12. Hat gute Mana, Rack. Ja, put Westman a sec. So, jetzt get all log. Okay, also wir haben schon mal den Pilz für die Alchemistin. Wir haben die beiden Pilze für den anderen Alchemisten. Jetzt fehlt nur noch der Goblin Hunter. Und können wir so einen Log mitnehmen? Nein. Sonst hätten wir den Baumstamm nutzen können, um zu schwimmen. Weil das als Boot zählt. Ja. Dann töten wir dich halt auch noch. Wir sind eh kurz vor dem Level ab. Das kann nicht schaden. Hör, hör, hör. Level ab. Was können wir leveln? Nekro. Level Nekro. Undead Law und Wood Wode. Also Undead Law wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir untote Wesen besser analysieren können, was deren Schwächen sind. Ja, beim Concillern taucht das mehr auf. Also das sollten wir wirklich trainieren. Das heißt, wir haben Skeletal Spider. Undead Law. Und was ist das mit dem Wood Wode? Help Wood Wode. This Nekromelza spell forms an animatical creature from a large piece of wood. Most kind of wood can be used so long as it's large enough and doesn't have magical properties. Okay. Gather. Also Wood Wode ist ein neues pet. Wood Wode in Klammern Gather. This spell is part of the Necromancer's animation skill tree, which allows the creation of several different times of animated entities. Each has different strengths and weaknesses. But due to the nature of the magic you may only control one at a time. Okay, wir dürfen also einen Clay Man oder ne, Clay ist, der Wood Wode braucht Clay Man, also kann man nicht Clay Man und Wood Wode nehmen, ist nur ein Upgrade. Ein Upgrade mit der Schwäche wahrscheinlich gegen Feuer, weil es ein Holz Ding ist. Okay, trotzdem müssen wir endlich noch den Goblin Hunter finden. Aber hier wandern nirgendwo den Weg runter. Ah, doch hier Heading down Passing through the fourth level of the ruins Bone fishing pole Ich will nicht fischen Goblin Hack noch eine Goblin Hack Ne Goblin Ich habe das Gefühl, ich bin in einer vollkommen falschen Richtung und ich drehe einfach nur immer tiefer in das Goblin Gebiet ein Aber oben war kein zweiter Weg woanders lang Er ist aber schnell gestorben Oh 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 Ja Zeus Das tut langsam weh Oh A sweet smelling chamber Das ist jetzt das Ende Nein Da rechts geht es weiter weiter und weiter down so down deep down on the fifth level of the ruins und immer noch Goblins ne gut aber Talana muss ich erst ein bisschen ausrasten und ich übrigens auch das heißt wir machen dann hoffentlich nächste Folge genau hier weiter und wir werden nicht irgendwie rausgekickt und müssen dann von dem recall Punkt nochmal hier hin laufen falls doch können wir die Sprüche lernen aber ich hoffe mal dass wir hier gleich wieder auftauchen also bis denne hin 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 Vielen Dank.